Willkommen und Abschied. Die Arbeiter Wohlfahrt Auerbach begrüßte gestern feierlich zehn neue Lehrlinge unter ihrer Schirmherrschaft. Ab Herbst werden die fünf Altenpflegeschüler, vier BR-Studenten und eine angehende Köchin eine umfangreiche theoretische und praktische Ausbildung in der sozialen Einrichtung absolvieren. Gleichzeitig entließ Geschäftsführerin Katrin Schmidt ihre ausgelernten Schützlinge ins Berufsleben. Diese gaben ihren Nachfolgern hilfreiche Tipps und ließen sie an ihren Erfahrungen teilhaben. Pro Jahr gibt die AWU Auerbach fünf Lehrlingen die Chance auf eine Ausbildung. In der Regel wird rund die Hälfte nach Abschluss übernommen.